Hallo und herzlich Willkommen! VEV angedroht das Multiplayer-Match exklusiv mit den Tonnenjungs hier von Tons of Bits mit ihrem mittlerweile wahrscheinlich schon erschienenen Viver-Titel Chik-Chik-Boom und wir steigen jetzt einfach mal in eine chaotische Vierspieler-Runde ein. Die einen sind Team Gelb und die anderen Team Schwarz. Ich gehe ins Team Gelb. Willst du Verteidigung oder Angriff? Lass mich mal Angriff machen. Hat den Sinn, wenn wir jetzt vier Spieler, da werden die Rollen aufgeteilt. Ihr werdet ja im ersten Video schon gesehen haben, dass man alleine halt beides machen muss. Hier werden jetzt die Rollen aufgeteilt. So, okay und dann einfach Start. Du darfst das Team auch aussuchen? Das nehmen wir dann das Schönes. Bist du ein Liebling? Also Pirat ist immer ganz cool, aber der Wikinger ist auch nett. Wäre natürlich schon perfekt, wenn er jetzt noch eine Augenklappe hätte. Aber das ist so eine halbe. Ja, nehmen wir Piraten. Standard Pirates. Ihr werdet beide Augen brauchen, glaube ich. Ja, passt. Piraten gegen Wikinger, ganz klassisch. Okay, den ganz normalen Duell-Modus. Das Gegenteil. Das Gegenteil-Team ausschalten. Das ist einfach, oder? Ja. Was spielen wir mit dem Schiff? Die Stadt? Vielleicht auch Zufall, man. Da macht er bei jeder Stadt. Ja, super. Okay, super. Machen wir drei Siege und versuchen es mal. Und go! Wird nur, wie gesagt, nur mit dem V-Mod gesteuert. Das Schiff war sehr gut so. Stimmt, genau. Ja. Wir haben auch alle Trepps an. Zufall. Zufall ist mir beste Map, beste Rasse. Okay, ja. Jetzt sehen wir, ob man dann die Special Gegner in der Map wird. Ja, du machst den ersten Angriff jetzt. Genau. Die Pflanze. Möglich schnell. Und dann noch hier noch den Upgrade-Klink. Der ist nicht verteidiger, oder? Ich block gleich mal. Ja. Kannst ihn schön ärgern. Die Ein-Eime vergiftet. Der wichtigste. Nein, jetzt halt sogar. Das reicht vollkommen. Ja, der ist schon... Wir wollen ihn nicht gleich fertig machen, sonst heulen nicht mehr. Ja, aber gib doch gleich auf. Ja. Kann ich auch nicht. Ah, okay. Jetzt gibts erstmal ein grünes Upgrade an Gewicht. Autsch. Wir müssen ja auch mitspielen, gell. Ah, das ist die Piñata. Wo ist er? Was? Ah. Den ist Blitz. Ja. Diesmal krieg ich doch den. Ja. Jetzt hab ich schon mal den roten Kuppelblitz. Kaum mit aufgenommen hat das erstmal rotes Abgriff. Ja, ne? Das ist immer so. Sobald die Kamera läuft, ist die Kack am Dampfen. Oh, was ist das, ey? Kommt der auf einmal hin. Das ist der Kugelblitz. Der ist cool. Der gefällt mir. Der ist schwer abzug. Ja. 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 Blobby Bolli. Ja. Nein. Blauer Licht. Da bin ich wieder da. Okay. Wer hat den gerüht, der? Ah. Def, Def. Ja, das ist kein Kind. Oh. Ja, die Säure ist Hassi. Jetzt wird das Küken. Alles gut hier. Guck der Blaulicht mal. Macht das schon. Blaulicht mal. Er sagt, hier gehts lang. Hier ist safe. Dein Freund und Helfer. Ja, okay. Jetzt müssen wir schnell wieder um die Krake. Ich leg ihn ab. Geh doch weg hier. Er hat den? Hä? War das jetzt? Ah ja, okay. Boah. So weit mehr schneller. Das war die hundertsten Sekunden. Ich will da einen neuen Mitspieler. Der Böse zu spät, mein Gott. Schrake die Krake. Schnell weg. Weg, weg, weg. Komm. Was war das? Sehr gut. Nein. Verdammt. Ja, vier kleine Hühnchen und einen großer zu killen. Das muss doch machbar sein. Zwei sind schon blass von... Zwei sind schon blass von den Gegern und bei uns ist einer gerade fließt. Das muss fair play. Nein. Das hat gereicht. Wir kicken uns die Schwachen erstmal oder was? Den heimlichen Death-Modus an. Ich seh's genau. Das war die einzige Chance. Ja, ihr macht es selber rein. Wir haben gelernt. Ihr lernt hier gleich die Tricks, die richtig fiesen. Wer ist der Hand? Popcorn Mann. Popcorn. Wer ist Popcorn Mann? Nein! Das wäre natürlich jetzt... Das ist das Gute. Wäre doch noch der Burner, wenn der Blitz einschlagen würde und Popcorn würde. Ja, die hatten wir auch schon. Komm, da ist ein zweiter Teil. Wird ne Trilogie, ne? Habe ich schon fast gehört. Gibt's das schon so was? Schon nie gehört. Oh ja. Ja. Der Ringe-mäßigen Epos. Im zweiten entfaltet sich dann jetzt die Story richtig. Das ist ja der Tschüss. Das ist zu Joji. Jetzt wolltest du das Update, oder? Deswegen haben wir jetzt nicht... Ja. Ja, Mann. Ja, aber dann müssen wir was drücken. Hä, ich wollte auch das Update kriegen, oder? Ach nee, da hab ich doch noch ein A gedrückt, okay. Das war schlau. Wollt mir zu viel. Ja, ich bin vergiftet. Es kommt vielleicht kranklich an uns, das wäre halt... Ja, so... Ach, bei uns! Weg, weg, weg! Habe ich nicht zu sehr liegen? Aua! Aua! Autsch! Ja, der war so schwach. Yeah, wir haben einen Helm. Und auch noch auf den Fenkel gestellt. Ja, komm, komm. Der ist neutralisiert jetzt. Ja, der ist ein Schaden. Ja, Kläferbombe. Jetzt aber... Zählt sich ja auch, könnte man auch sein. Jungs, bewegt euch! Ja, komm, komm, komm! Boah, verdammt! Tja, das ist natürlich jetzt auch eine coole Update. Einfach mal so die Chicks fernhalten. Die Chicks? Die sind sehr langweilig. Keine Idee. Wir haben dann auch so einen Johnny Depp da auf der Seite. Es ist schon mal gut, dass das Spiel so viele Chicks hat. Das kann nicht jedes Spiel von sich behaupten. Okay. Die sehen ein bisschen blass aus, die Jungs. Ich glaube, das ist immer eine Krankenschwester. Ich brauche nur eine Krankenschwester. Ja, ne? Mist. Oh, der Ding da! Der kommt genau richtig hier! Und, und, langt's? Kommt der eine noch. Hallo? Hürf doch mal drauf! Verdammt! Ja, jetzt kriegt der schon mal. Ja, der kriegt jetzt einen. Ja, der kriegt jetzt gleich einen. So wie es aussieht. Jawohl! Einmal ein Torf! Aber mein Devil, meine Verteidigung macht das gut. Ja, der war schon schwach, Mann. Ja, das waren die Steinschuhe. Das kannst du nur noch einmal sagen, glaube ich. Das ist die Runde vorbei. Ja, Blitz! Ich störe mal ein bisschen. Aber wir müssen über einen gehen, jetzt liegt der Bons an. Das ist ja jetzt schon gut. Schon zu spät, verdammt! Oh, cool! Ich habe Limerick. Ich glaube, das war's. Ich hatte hier so einen Entwickler im Bildschirm. Ich hatte hier so einen Entwickler im Bildschirm. Hörst du nicht? Roter Blitz! Mann! Ich bin so blöd! Das hat gereicht. Aber knapp! Aber gut gereicht, Mann. Der hat nur viele Chancen. Er muss vermasseln jetzt mal. Das waren so ein Läscher. Ich war hundertprozentig gebraucht, um dann endlich eins reinzumachen. Oh, jetzt sind wir im Startlevel mit dem Ufo. Yes. Da geht's. Seitenwechseln hier. Das ist beim Fußball. Das hätten wir uns jetzt auch nochmal die Wiederholung ankommen können. Er spielt schon wie Hühner. Kann ich jetzt machen. Vorgarten hier. Ich meine, wer hält sich schon so Hühner im Garten? So ohne Beine. Ich meine, das sind die perfekten Chicken-Nugget-Hühner. Das mag ich schon ab, ne? Da musst du nur noch rupfen. Ach, Dungu, wo kommt? Ja. Nein, du es nicht. Du es nicht, du es nicht. Überleg dir das gut. Drück dich auf den Lacken. Was? Er hat dich gedrückt. Was hast du gemacht? Das hat er extra gemacht. Oh, damit ich hier. Ego, Ego. Wie hast du ihm Schokolade versprochen oder sowas? Was mach ich eigentlich? Jetzt gibt's Chicks on Mars. Wo ist die Verteidigung? Wird Chicken. Ich wollte es jetzt mal ausgleichen. Wollt ihr uns verwirren? Damit es sich wieder heiß so, ja, wir haben euch. Ja, das war's ja. Jetzt geht's los. Aber es hat uns voll verwirrt, das ist keine Verteidigung. Das ist auch nicht schlecht die Taktik. Wird ich öfter so machen. Ja. Ja, verwirr sie alle, Mann. Dafür verwirrt uns die Pflanze. Kann man ja davon schicken da oben. Wir schicken euch auch mal so ein Ding. Ja, komm runter, du. Ja, da. Komm, komm, komm. Helm. Sehr gut. So, wenn wir den Lacken machen, nehmen wir wieder das Gewicht. Das Gewicht kann ich nicht. Die Gewicht, die Form vom Gewicht ist... Da oben. Ja. Boah, einmal geerdete Linie. Der Blitz verpufft den Licht. Jetzt im Rebraton. Boah, wir sind schon wieder gleich hin, ne? Na wo ist die Piñata? Na wo ist sie? Ich sehe schon, ich bin mit dem falschen Team. Ich hätte den Framezähler da hinten mitnehmen sollen. Der ja auch weiß, was dahinter passiert. Der eigentlich nur das Wiregrid dahinter sieht. Der sieht die Matrix dahinter. Ja, genau. Ja. Hier ist das Neo-Hühnchen. Follow the White-Chick. Mat-Chicks. Mat-Chicks. Boah, das wäre noch auch... Das wäre ein cooles Team, ne? Ja, so ein Team-Chick, äh, Team-Matrix, ne? So ein Trench-Code. Na ja, so... Also, Teil 2. Wisst ihr, was ihr zu tun habt? Mat-Chicks muss rein, Mat-Chicks-Moves. Wir müssen... Schon verteilt alle, was ihr zu tun habt. Auch! Auch! Oh, das war gut. 3 auf einmal. Ja, ich glaube da haben wir jetzt ein Team freigeschalten. 2 Chicks auf einmal. Das wollte ich eigentlich mal zeigen. Achso, ah, alles klar. Alles geplant, alles gewollt. Man kann auch ein Team freigeschalten, wenn man komplett aufhört zu spielen. Oh, ja. Hallo, ja, landet doch alle drüben bei ihm. Boah, der sieht aus wie ein Mensch jetzt. Da ist noch einer hier. Einen haben wir noch. Ihr habt unseren Boss getötet. Wenigst etwas, streit nach Laschet. Jawoll, ein Bist, das reicht ihm schon mal. Ist ja gar nichts. Was soll ich machen? Der Dennis kann nicht besser. Huh, wo ist die T-Challenge? Oh, böse gecheatet. Ja. Ist nicht gecheatet. Ist frei verfügbar für jeden ehrlichen Spieler. Wenn wir das nicht anders können, dann ist er zu dem mitgegriffen. Jetzt kriegen wir erst das UFO. Das ist ja wunderschön. Jetzt kümmert euch erst mal um meinen Chicken. Hast du gesehen, wie der Glück ist? Ah, das sei knapp. Jetzt kriegen wir das UFO noch an den Hals. Space Hühner. Und tschüss. Ich hab wieder knapp gemacht. Was ist los mit den Piraten von heute? Ja, ne? So, das waren mal zwei Runden. Können wir ein bisschen langsamer spielen. Das ist so. Augen verbunden. Ah, super. Das war quasi ein Achievement. Ah, ne. Das war... Vielleicht haben wir es schon vielleicht. Ja, das war unsere... Eine der Multiplayer-Routen. Vielleicht habt ihr ja Spaß gek... Spaß gekriegt. Spaß beim Zugucken gekriegt und Lust auf das Spiel. Im WiiWare-Store entweder jetzt oder später verfügbar. Und wir zocken jetzt einfach noch mal ein bisschen weiter. Chick Chick Boom Leute. Richtig. Das war der Titel. Habe ich dich noch schon mal erwähnt? Chick Chick Boom? Ich weiß nicht, ob du Chick Chick Boom schon mal hast.